Fünfter Vortrag über die Wirksamkeit der Gesellschaft betreffend die sozialen Notstände, gehalten von Dekan und Pfarrer Bachmann in Winsbach. Noch eine Rede. Ist Geduld vorhanden, sie auch gar anzuhören? Noch eine Rede, und zwar über die sozialen Notstände der Gegenwart. Ein Feld, auf dem man tagelang umhergehen kann, ohne es ausgegangen zu haben. Daraus folgt von selbst, dass ich, statt vieles zu sagen, vielmehr darauf werde bedacht sein müssen, vieles nicht zu sagen. In unserem ursprünglichen Gesellschaftsplane heißt es in Beziehungen auf den Gegenstand, von dem wir reden, da hier die größte Weitschaft ist, so hat man sich dabei am meisten von Fehltuerei zu hüten. Dieser Gedanke soll mir auch bei meinen gegenwärtigen Vortrage maßgebend sein. Von dem Prinzip, auf welchem, wie unsere Sache überhaupt, so auch die Tätigkeit der vierten Abteilung ruht, brauche ich nicht zu reden. Darüber hat Freund Löhe bereits ausführlich sich ausgesprochen. Lediglich auf eine Darstellung der Art und Weise werde ich mich zu beschränken haben. Wie wir jenes Prinzip auf den Gebieten der sozialen Notstände in Anwendung und Ausübung zu bringen versuchen wollen. Soll ich das Wenige, das ich zu sagen gedenke, vorläufig in einem kurzen Satz zusammenfassen, so möchte derselbe etwa so lauten. Wir wollen tun, was andere nicht tun. Ohne zu lassen, was andere tun, wenn wir auch in Beziehungen auf den Weg von ihnen differieren. Erstens. Betrachten wir die Art und Weise, wie den sozialen Notständen unserer Zeit von denen, die ein Herz für die Menschheit haben, meistens gegenübergetreten wird, so finden wir, man sieht den grenzenlosen leiblichen Jammer an, in dem sich Tausende befinden und macht sich nun frisch daran, demselben dadurch abzuhelfen, dass man jedem vorhandenen Übelstande ein entsprechendes materielles Hilfsmittel entgegensetzt. Wir halten das für eine Dainadenarbeit und, fast möchte ich sagen, für noch was Schlimmeres. Es ist das Elend, das in den verschiedensten Formen auf der Menschheit liegt. Ein Gottesgericht, das sie um ihrer Gottlosigkeit willen zu tragen hat. Das Elend beseitigen wollen ohne die Gottlosigkeit selbst, heißt nichts anderes, als Gott in die Arme fallen und seinem Schwerte wehren wollen. Das ist aber vergebliche Mühe und ein Frevel dazu. Wer dagegen der Gottlosigkeit entgegentritt, verstopft damit zugleich in demselben Grade, als er das tut, den Brunnen des Verderbens. Magst drum anderen gefallen, das Unkraut abzublättern, so oder so, wir wollen uns lieber an die Wurzel machen. Schwerer ist unsere Arbeit als jene, das ist gewiss, und auch viel unscheinlicher. Aber das soll uns nicht irre machen. Wissen wir doch, dass wir nicht Luftstreiche tun und das vor Gott in der Regel groß, was vor den Menschen klein ist. Zweitens. Also bloß indirekt, höre ich da am stillen Fragen. Wollt ihr den bestehenden sozialen Übelständen entgegentreten? Wollt euch auch nicht sowohl mit Abhilfe des bereits vorhandenen Jammers befassen, als vielmehr mit Abwehr. Dass desselben nur nicht noch mehr werde. Ja und nein, meine Freunde, wie ihr wollt. Ja, wir wollen allerdings keinen Leidenden bloß leiblich helfen, sondern die leibliche Hilfe immer bloß den Schatten sein lassen unserer seelsorgerlichen Tätigkeit. Aber das sei ferne, dass wir mit unseren Bestrebungen bloß auf die Zukunft schauen, die Gegenwart aber darüber aus dem Gesicht verlieren wollten. Nein, wir wollen das eine tun und das andere nicht lassen und so gewissermaßen denen in Israel gleichen, die in der einen Hand die Waffen wie der Sahne ballert hielten, mit der anderen aber an den Mauern Jerusalems bauten. Wie könnten wir sie denn außer Acht lassen, die Scharen von Unglücklichen, die allenthalben in den verschiedensten Gestalten des Jammers unseren Blicken begegnen? So wir doch wissen, dass der Herr als ihm getan betrachtet will, was wir der Geringsten einem unter den Seinen tun. Aber eben darum, weil wir in jedem leidenden Glaubensgenossen ein krankes Glied des Leibes sehen, daran Christus das Haupt ist, wollen wir in keiner anderen als in einer diesem Zusammenhange entsprechenden Weise Hilfe leisten. Eben darum soll unser leibliches Wohltun zugleich eine geistliche Arbeit sein. Drittens. Wie fangt ihr es denn aber an, fragt ihr weiter, um diesen euren Gedanken im Leben zu verwirklichen? Und ich antworte, auf die einfachste Weise von der Welt. Lasst mich es an einem konkreten Beispiele zeigen. Denken wir uns einen unserer Gesellschaft angehörigen Mann draußen auf dem Lande. Der sieht die Not in verschiedenen Formen um sich her. Er möchte helfen, aber er weiß nicht, wie er es machen soll. Da geht er mit einem betenden Herzen zu dem, an den er mit all seinen inneren Anliegen zunächst gewiesen ist, zu seinem Beichtvater. Dieser aber will vielleicht nichts mit der Sache zu schaffen haben. Er weist ihn ab. Nun, es wird ihm wehe tun, aber die Sache lässt er drum nicht liegen. Er wendet sich an die Gesellschaft. Und es wird ihm Rat gegeben werden, was in seiner speziellen Lage etwa zu tun sein möchte. So ginge es im schlimmsten Falle. Am Ende vielleicht immerhin gut. Wie aber, wenn der Beichtvater hört? Wenn er sich freut, einen solchen Anstoß von einem seiner Gemeindeglieder zu bekommen. Ja, nicht erst wartet, bis er ihn bekommt, sondern selbst gleich von vorne herein mit jenem Liebesgedanken an seine Gemeinde tritt. Sollte es eine Gemeinde geben, in der nicht zwei oder drei wären, die, im Glauben und Bekenntnisse mit ihm eins, auch in jenem Liebesgedanken sich mit ihm zusammenfinden würden. Nun, diese sammelt er um sich her und bildet aus ihnen, darf ich sagen, eine Diakonie? Nein, ein Diakonat in kirchengeschichtlichen Sinne wäre es nicht, aber doch eine Diakonie, wie sie uns der heilige Apostel Paulus im Hause Stephaner zeigt, wenn er 1. Korinther 16, 15 empfehlend von dessen Bewohnern sagt, dass sie zum Dienste der Heiligen sich selbst verordnet hätten. Mit Beihilfe dieser, ich will sagen, freiwilligen Dienerschar ermittelt nun der Beichtvater von allem die in seinem Pfarrbezirke vorhandene leibliche und geistliche Not, prüft und erwägt mit ihnen, inwieweit dieselbe nach den Grundsätzen der Gesellschaft in den Kreis ihrer Tätigkeit zu ziehen sein möchte und verteilt dann die Beratung und Abhilfe des ermittelten Notstandes nach seinen verschiedenen Seiten hin, der Gestalt unter die vorhandenen Helfer und Mitarbeiter, dass er, der Pfarrer, selbst immer der leitende Mittelpunkt bleibt, von dem alle Tätigkeit ausgeht und zudem sie mit ihren Referaten und Resultaten zurückkehrt. 4. Diese Tätigkeit knüpft sich natürlich wiederum an gewisse Feststehende, von der Gesellschaft gebilligte Normen und hat ihre verschiedenen Stufen, die sie nacheinander durchmacht. Sie fängt mit herzlicher Demütigung und Beugung der eigenen Person und Richtigstellung derselben vor dem Herrn der Kirche an, geht dann an die Familie und das Wohnhaus, dem man angehört und zuletzt über die Türe hinaus in die Gemeinde hinein, enthält sich dabei aller Zudringlichkeit und Überrederei, geht wahr und offen und ehrlich einher und will den Sieg nicht erzwingen, wenn ihn der Herr nicht von selbst gibt. Sie sieht sich nach den Kindern um, geht der Erwachsenenjugend nach, fragt nach den Armen und Kranken, zählt die müßig am Markt des Stehenden und Sucht zu erfahren, ob Arbeitsscheu oder Mangel an Arbeitsgelegenheit der Grund des müßigseins ist, lässt auch die Fremdlinge, die kommen und gehen, nicht außer Rücksicht, geht an die Zäune und Landstraßen hinaus, auch, wo sie es tun lässt, in die Fabriken und Gefängnisse hinein und sammelt so Stoff zu einem Referate, das jeder Helfer und Mitarbeiter in dem Bruderkreise, der sich wöchentlich unter dem Vorsitz des Pfarrers versammelt, abzulegen hat. Hier wird gemeinsam beraten und erwogen, wo und wie etwa dieses verlassene oder verwahrloste Kind in einem ordentlichen Hause innerhalb der Gemeinde möchte unterzubringen oder jenem armen Knaben, alten, schwachen, durch Ausmittelung bestimmter Kosttage im Orte, durch Bestellung regelmäßiger Handreichung und Verpflegung möchte zu helfen sein, wie dem, dem die Arbeit fehlt, Arbeit in der Gemeinde verschafft oder der, welche an diesem Fleck nicht arbeiten mag, durch Versetzung an einen anderen vielleicht wieder mit Arbeitslust angetan werden könnte. Was der eine nicht weiß, fällt dem anderen ein. Und kommt ja einmal der Fall vor, dass innerhalb der Gemeinde durchaus keine Hilfe zu finden ist, nun, so schreibt man an die Redaktion unseres Korrespondenzblattes in Nürnberg. Dieselbe ist ein für alle Mal angewiesen, ein fortlaufendes Verzeichnis zu führen. Einerseits über alle da und dort obwaltigen spezielle, lokaliter nicht zu beseitigende Notstände und andererseits über alle diejenigen unserer Gesellschaft, Angehörigen, Häuser und Familien, die entweder arme Kinder in Verpflegung oder junge Leute in die Lehre nehmen wollen oder bei denen arbeitslose Beschäftigung erhalten oder Dienstbotenunterkunft finden können. Und sei es, dass auch auf diesem Wege Abhilfe nicht erzielt würde, nun, so ist als letzte Instanz immerhin noch der Verwaltungsausschuss der vierten Abteilung da, der im äußersten Falle einen lokalen Übelstand zur Sache der Gesellschaft zu machen und auf diesem Wege, soweit die Kraft und Mittelreichen, Abhilfe zu schaffen verpflichtet ist. Fünftens. Ihr möchtet nun endlich aber auch wissen, ob durch diese bisher dargestellte Art unserer Tätigkeit auch wirklich schon etwas erreicht worden ist? Und ich freue mich, teure Freunde und Brüder, diese Frage nicht verneinen zu müssen. Zwar haben wir kein Rettungshaus gebaut, wie solche, was wir mit Freuden vernommen haben, in Rübenhausen, Erlangen und hier in Nürnberg entstanden sind. Wir haben keine Register aufzuweisen, in welchen glänzenden Namen mit glänzenden Summen verzeichnet stehen. Ja, nicht einmal die Namen derer haben wir aufgeschrieben, an denen wir da und dort Liebe zu üben durch Gottes Gnade gewürdigt waren. Aber das ist Faktum, dass sämtliche, während des kurzen Bestehens unserer Gesellschaft angemeldete arme, verwahrloste Kinder, immerhin freilich nur wenige, in guten Häusern Unterkunft gefunden, dass mehrere Lehrlinge entsprechende Stellen zum Teil ganz unentgeltlich erhalten und einige Familien zur Annahme junger Mädchen und Heranbildung derselben zu ordentlichen Mäkten sich erboten haben. Das ist Faktum, dass durch die dargestellte Art und Weise, wie wir leibliche Hilfe zu leisten pflegen, schon manches Gemüt geistlich erquickt und gehoben und erbaut und mit jener Kraft aus der Höhe angetan worden ist, die Demut und Sanftmut, Geduld und Selbstverleugnung an der Verse hat und dadurch zugleich Mut und Stärke gibt, jedwedes Kreuz zu tragen. Das ist Faktum, dass wir durch den fortwährenden schriftlichen und mündlichen Verkehr, in welchem wir untereinander stehen, nicht allein eine klare Anschauung von dem Umfange der sozialen Notstände in unseren verschiedenen Kreisen bekommen, sondern auch Grundsätze gewonnen haben, nach welcher wir in der Bekämpfung derselben, was zu betonen ist, gemeinsam verfahren. Es kann mir nicht in den Sinn kommen, diese gewonnenen Grundsätze alle aufzuzählen, aber einige der Beschlüsse und Gedanken, welche die jüngste Zeit ausgeboren hat, erlaube ich mir, weil sie mir von vorwiegender Bedeutung zu sein scheinen, doch kurz in Erwähnung zu bringen. 5a. Da wir der Meinung sind, dass die sozialen Notstände unserer Zeit, wenn auch nicht ihren untersten, doch nächsten und Hauptgrund in dem Verfall des christlichen Familienlebens haben, so glauben wir auch dahin vorzugsweise unser Auge richten und zur Hebung und Förderung desselben das Mögliche tun zu müssen. Wir halten es zu dem Ende vor allem für Pflicht gegen Personen, die ohne Eheleute zu sein, doch wie Eheleute zusammenleben, gleich viel, ob unter einem Dache oder nicht, uns zu erheben und dahin zu wirken, dass sie, einmal zusammengehörig, nicht sowohl gewaltsam auseinandergetrieben, als vielmehr in einen geordneten Ehestand eingeführt werden, entweder so, dass ihnen durch Fürsprache, Unterstützung und Vertretung bei den treffenden Kollegien die Erlaubnis zur Ansässigmachung und Verehelichung innerhalb der Gemeinde erwirkt, oder, wo ferne triftige Gründe dagegen vorhanden sein sollten, ihnen so oder so im äußersten Falle durch Vermittlung der Gesellschaft die Auswanderung an einen Ort hin, wo sie einen ehelichen Hausstand begründen können, ermöglichet werde. 5b. Aber weil es mit dem Eintritte in den Ehestand an und für sich auch noch nicht getan ist, sondern nur dann auf diesem Wege etwas gewonnen werden kann, wenn die Ehe nach Gottes Willen geführt wird, so sind wir zweitens zum Behufe der Anbahnung eines solchen normalen ehelichen Verhältnisses vorläufig dahin einig geworden, dass erstens jeder unserer Gesellschaft angehörige Pfarrer in einem gewissen Zeitraume eine Reihe von Predigten über das christliche Familienleben in seiner Gemeinde halten, diese Predigten dann einem eigens dazu bereits erwählten Komitee überliefern und dieses Komitee in wiederum aus diesen Predigten die besten Stellen auswählen und als Zeugnisse für das christliche Familienleben zur Unterweisung für willige Gemüter veröffentlichen soll. So dann soll von einem jeden Gliede unserer Gesellschaft zunächst in seinem eigenen Hause ein regelmäßiger, im Sinne unserer Kirche eingerichteter Familiengottesdienst, wozu, wie ihr vernommen habt, in einem besonderen Traktat Anweisungen gegeben werden wird, eingeführt und, wenn dies geschehen und erprobt ist, der Versuch gemacht werden, diese löbliche Einrichtung auch in andere befreundete oder sonst zugängliche Häuser zu verpflanzen. 5c. Aber gibt es nicht auch eine Menge von Leuten, die ganz und gar außerhalb des Familienlebens stehen, die heute da und morgen dort sind, die ja aus, ja ein wandern, von einer Gemeinde zu anderen, von einem Orte zum anderen? Ist es nicht empörend zu sehen oder zu erfahren, wie dergleichen Leute jetzt da, jetzt dort eine Unschuld verführen, bald an einem Lutherischen, bald an einem Reformierten, bald etwa gar am Altar einer freien Gemeinde stehen und auch sonst tun und treiben, was ihnen beliebt, ohne von irgendjemandem darüber in Frage gestellt zu werden? Der Zustand solcher irrenden Seelen ist uns bei unserer jüngsten Konferenz tief zu Herzen gegangen und das Resultat unserer Beratung in dieser Beziehung war der Entschluss, unter unseren Amtsbrüdern nahe und ferne die Frage anzuregen, ob es nicht geraten sein möchte, von nun an keinen mehr zum Tische des Herrn zuzulassen, den wir nicht kennen oder der nicht durch ein Zeugnis über seinen Zusammenhang mit der Lutherischen Kirche sich ausweisen kann oder, woferne er ein solches Zeugnis nicht hätte oder schwer bekommen könnte, zum wenigsten ein dahin bezügliches, genügendes, spezielles Bekenntnis tut? Um aber willigen Herzen in dieser Beziehung entgegenzukommen, wollen wir, wie bereits gesagt wurde, eine Art von geistlichem Wanderbuch oder Pilgerbrief mit einer Anweisung zu rechten Gebrauch desselben drucken lassen und einem jeden geben, der ihn nehmen mag, vornehmlich aber darauf bedacht sein, dass er gleich bei der Konfirmation Seuchen, die ihn etwa in Zukunft brauchen könnten, zu handen kommt. Sechstens. Ich könnte noch allerlei, was vielleicht mit Interesse angehört werden würde, aus unseren letzten Konferenzberichten, als zum Beispiel, wie wir uns Einzelner in kirchlicher Beziehung ungünstig gestellter Klassen unserer Glaubensgenossen, ich erinnere nur an die Eisenbahnwärter, annehmen. Wie wir besonders einzelne herrschende Sünden unserer Zeit, die von vielen gar nicht für solche angesehen werden, als dem Holzdiebstahle, den Gräueln der Zauberei und dergleichen Dingen, die hin und wieder, wie wir aus erhaltenen Berichten ersehen haben, auf die großartigste Weise betrieben werden, entgegentreten wollen. Aber ich darf ja eure Geduld nicht länger in Anspruch nehmen. Darum breche ich hier ab und bitte zum Schluss nur noch einen Vorschlag aus meinem eigenen zur Erwägung hinzunehmen. Unter den vielen Ursachen, die es geben mag, warum so viele Leute oft auch beim besten Willen sich nicht ihr täglich Brot verdienen können, ist gewiss die nicht die geringste, dass so mancher nicht gleich in seiner Jugend auf ein bestimmtes Arbeitsfeld hingewiesen wird. Wie wäre es daher, wenn wir uns heute vornehmen, von nun an genau darauf Acht zu haben und ein jeder in seinem Kreise und nach seinem Vermögen dafür zu sorgen, dass jedes neu konfirmierte Glied unserer Kirche männlichen und weiblichen Geschlechts sogleich nach seiner Entlassung aus der Werktagsschule in einen festen, ehrlichen Beruf eintrete? Ich sage sogleich, weil ich weiß, dass oft ein einziges Jahr des Müßiggangs oder regelloser Beschäftigung die ganze Zukunft eines Menschen in Frage stellt. Ja, wie wäre es, wenn wir die Einrichtung treffen, dass überall, wo wir Einfluss haben, alljährlich die neu konfirmierte Jugend in so viele Klassen abgeteilt würde, als helfende Glieder im freiwilligen Diakonate oder treffenden Gemeinden sind und ein jedes solches Glied sozusagen das Patronat über eine dieser Klassen mit dem Auftrage zugeteilt erhielte, die Lebensgänge der jungen Leute aufmerksam zu verfolgen, auf diejenigen, welche elternlos oder von ihren Eltern verwahrlost sind, etwa im Benehmen mit den Taufpaten geeignet einzuwirken und über seine Wahrnehmungen und Erfahrungen sowie über die Art und Resultate seiner Wirksamkeit von Zeit zu Zeit der Gesellschaft zu referieren. Eine Schwierigkeit in dieser Beziehung könnte sich freilich insofern ergeben, als bloß Männer Mitglieder unserer Gesellschaft sind und als solche zu einer fortgesetzten Kontrolle der heranwachsenden weiblichen Jugend sich nicht eignen würden. Wer aber könnte dieser Schwierigkeit leichter abhelfen als ihr, teure Frauen und Jungfrauen, die ihr auch ein Herz für die Kirche und für die Not unseres Volkes habt? Wie wäre es, wenn auch ihr euch irgendwie zu solchem Liebesdienste und überhaupt zum Liebesdienst an eurem Geschlechte im Sinne unserer Gesellschaft verbindet? Wenn ihr euch auch zu Armen und Krankenpflege unter dem Frauenvolke, wozu man Männer nicht brauchen kann, entschließen wolltet und zu dem Ende eure Namen und eure Kräfte uns zur Verfügung stelltet? Ich schweige nun, nachdem ich ohnehin schon länger, als ich wollte, geredet habe und lege nur noch meine Hände zusammen und bete. Herr, du bist unsere Stärke. Du bist die Stärke, die deinem Gesalbten hilft. Hilf deinem Volke und segne dein Erbe und weide sie und erhöre sie ewiglich. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020